es gibt zwei wichtige tage in unserem leben der tag an dem wir geboren werden und der tag an dem wir herausfinden warum mit diesen worten wollte mark twain ausdrücken dass in uns allen ein individuelles potenzial schlummert eine super power mit der wir anderen helfen und als unternehmer suchen wir wege von anderen genau damit gesehen zu werden zu zeigen wer wir sind und stoßen dabei auf eine welt voller möglichkeiten so viele tools so viele wege wir sind überfordert vergleichen uns jagen trends nach und tun dinge die sich eigentlich gar nicht richtig anfühlen wir verbiegen uns wir zweifeln und strauchen wir sagen wenn ich diese eine sache mache dann bin ich endlich erfolgreich und wir stoßen auf experten die uns verraten welche strategie für sie funktioniert hat dabei liegt der schlüssel für den wahren erfolg darin herauszufinden was für dich funktioniert denn unterschiedliche menschen brauchen unterschiedliche strategien um ihre talente erfolgreich zu vermarkten die wahrheit ist erst wenn wir wissen was uns ausmacht können wir uns abheben wenn wir wissen wer wir sind finden wir unsere stimme und damit die richtigen kunden dieser moment der moment in dem wir aufhören zu kämpfen sondern als vertrauen in unsere eigene kraft kommen in dem wir loslassen und plötzlich alle dinge leicht sind ist der augenblick den wir allein mannen den einklang die harmonie mit uns selbst und dem was wir tun in einer welt in der du alles sein kannst ist es die beste entscheidung du selbst zu sein und genau dabei möchte ich dir helfen mit allein entrepreneur ich möchte dir zeigen welche strategien für dich und deinen persönlichkeitstypen funktionieren damit andere dich sehen können und das wofür du geboren wurdest deine reise beginnt jetzt